Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, was ich mir beim Action gekauft habe an neuen Weihnachtssachen. Und wenn ihr wissen wollt, was ich mitgenommen habe, dann bleibt doch einfach dran. Wir starten mit einer Sache, die nicht weihnachtlich ist. Und das sind diese Hobby Flora Bags. 24 Stück, also wieder super für den Adventskalender. Wir haben da 24 Anhänger dabei, was ich für den Adventskalender auch wiederum richtig cool finde. Ein bisschen Band. Und dann haben wir diese Tüten. Und ich überlege gerade, wir hatten ja schon mal andere. Die scheinen aber dieses Mal die Prägung vernünftig hier für die Beuge zu haben. Das war ja beim letzten Mal nicht so. Ich denke, aus einem werde ich auf jeden Fall einen Adventskalender basteln. Und mal gucken, ich habe mir ein zweites Paket mitgenommen. Ob ich das dann nochmal für Märkte mache oder ob ich da auch noch einen Adventskalender draus machen werde. Mal schauen. Ist aber auf jeden Fall, wenn ihr mal fix was braucht oder so auf den letzten Drückern noch einen Adventskalender machen wollt. Ist das, denke ich, eine gute Sache. Die kommt eigentlich als letztes drauf. Ich will jetzt nur mal kurz gucken, wie die Faltung funktioniert. Ist ein bisschen dünn. Aber da, das muss ich hier einfach unten richtig machen. Und dann seht ihr, ist das ein bisschen kleiner als meiner Hand. Ich glaube, hier standen auch Maße dabei. Genau. Breite sieben, Tiefe vier, Höhe circa zwölf. Machen wir einen Adventskalender mit dieses Jahr. Ich habe tatsächlich heute auch noch keine Projekte dabei, weil ich euch auch nicht spoilern wollte. Was in der Weihnachtsserie auch kommen wird, die wird am 3. Oktober losgehen. So war alles funktioniert. Und ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Meine Arbeit hat wieder begonnen. Ich habe auf der Arbeit drei anstrengende Wochen vor mir. Und dementsprechend habe ich noch nicht gebastelt. Worauf ich mich sehr freue, sind diese Foil Pattern Paper Pads. Ich habe jetzt die zwei Varianten gefunden. Ich habe mir die auch schon mal, oder ich habe mir alles schon mal sortiert. Das heißt, ich habe hier 6x6 LP Höhen. Die verlinke ich euch, falls euch die interessieren. Es wird auch noch mal ein Ordnungs- und Aufbewahrungsvideo für Papier und so weiter kommen. Bitte habt Geduld mit mir. Und ich habe die Blöcke schon komplett zerlegt. So, dass ich, wenn ich damit basteln will, einfach nur durchgucken brauche und mir den Bogen rausnehme. Das heißt, ich habe das Cover und auch erstmal die Rückseite behalten. Einfach, damit ich euch zeigen kann, wie das Ganze aussieht. Und dann habe ich es so gemacht. Ich habe es nicht nach Farben sortiert, sondern nach Motiven. Und ihr habt vier verschiedene Farben. Schwarz, Kraft, Blau und Weiß. Alles Silber foliert. Und dann eben die verschiedenen Motive. Die Schneeflocken finde ich auch sehr, sehr schön. Dann haben wir Tannenbäumchen. Auch das ist sehr schick. Es sind alles sehr edle Motive und super Hintergrundpapiere. Vielleicht machen wir auch mal eine Verpackung damit. Bei den Sachen, die jetzt keinen Richtungslauf haben. Und auch das finde ich sehr, sehr schön. Und zum Schluss haben wir das noch. Das ist auch, kann man auch außerhalb von Weihnachten super verwenden. Gefallen mir alle Motive äußerst gut. Ich habe auch jetzt meine anderen Weihnachtssachen rausgeholt. Und ich wollte eigentlich dieses Jahr alles aufbrauchen. Oder vieles. Gerade was Papier angeht. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ein alljährliches Problem. Und hier den zweiten Block. Wobei ich mich wirklich schon zurückgehalten habe mit neuen Sachen. Die Schneeflocken finde ich auch super. Hier haben wir jetzt als Farben so ein Grau oder Anthrazit. Also es ist nicht so dunkel wie das Schwarz an dem anderen Block. Ein richtig schönes dunkles Weihnachtsgrün. Ein schönes Weihnachtsrot. Und auch nochmal Kraft. Das sind die vier Farben. Und auch die Motive. Also es sind wirklich tolle Blöcke, muss ich sagen. Dann haben wir dieses. Auch das gefällt mir äußerst gut. Dann haben wir hier so dicke Schneeflocken zu dünnen. Da gefallen mir die dünnen etwas besser. Weil man nicht das Gefühl hat, dass die so ineinander blenden, sage ich mal. Sterne. Auch das geht außerhalb super von Weihnachten. Könnte man auch gut für Babykarten zum Beispiel verwenden. Dezent eingesetzt. Und zum Schluss noch dieses geometrische Motiv. Gefällt mir alle. Da habe ich tatsächlich auch. Es ist schon ein bisschen her, dass ich die Sachen gekauft habe. Ich glaube schon ein oder zwei Wochen inzwischen. Wenn ihr das seht, noch ein bisschen länger. Und da waren die Sachen noch nicht ausgeräumt. Und ich habe das Personal gefragt, ob ich zwei von denen kriegen könnte. Dann geht es weiter mit den Lux Paper Blöcken. Da habe ich zwei mitgenommen. Einmal die Gingerbreads, also die Lebkuchenhäuser. Und einmal den mit den Centers. Ich habe die schon mir komplett fertig gemacht. Das heißt, ich habe hier so eine Sammelhülle. Auch die kann ich euch verlinken. Dann wieder Vor- und Rückseite von dem jeweiligen Blog. Damit ich euch das zeigen kann. Und dann drehen wir das Ganze einmal um. Ich habe die Fallen hier ganz gerne raus. Da muss ich noch mal noch mal ran. Alle Standsteile schon rausgelöst. Und das mache ich gleich mal hinter der Kamera. Die müssen einfach ein bisschen tiefer in die Verpackung, damit sie nicht rausfallen können. Und ich habe mir alle Papiere schon auseinander gemacht. Ich blende euch, sobald wir uns hier beide Blöcke kurz angeschaut haben, ein Video ein. Ich habe das Ganze nämlich schon mal komplett gefilmt, bevor ich das gemacht habe. Da lege ich euch gleich Musik drunter. Und dann könnt ihr euch die Bögen alle nochmal angucken. Weil ich hole jetzt nicht hier alle Standsteile raus. Dann bin ich ja Jahre beschäftigt. Aber da könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen. Und wie gesagt, als zweites hier den mit den Centers. Eher so im Vintage-Stil. Ich muss sagen, ich hole mir meistens die Blöcke tatsächlich eher für die Papiere als für die Standsteile. Ich habe jetzt auch festgestellt, ich habe so viele Standsteile, dass ich mir da dieses Jahr echt was überlegen muss, um langsam mal wenigstens ein Teil aufzubrauchen. Das ist die Rückseite. Diesmal goldfoliert. Und ja, die Papiere sind einfach wirklich, wirklich schön. Und bei den Standsteilen muss ich einfach mal gucken, dass ich peu à peu da was aufbrauche. Und dann zeige ich euch jetzt erstmal die Blöcke, wie sie zusammen aussehen. Und da wenn sie dann die Blöcke ist. Musik 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 Kommen wir zum Schluss zu den zwei 30x30 Bögen, die ich mitgenommen habe. Eigentlich hatte ich noch Interesse an diesem Winter Wonderland, den gab es den Tag aber nicht. Und wenn ich jetzt in meinen Schrank gucke, wie viel Papier ich habe, werde ich mir den vermutlich auch erstmal nicht holen. Und sollte es wie auch immer dazu kommen, dass ich noch Papier brauche, kann ich mir den Anfang Dezember oder wann auch immer immer noch nachholen. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt brauchen werde. Deshalb, ich habe mich entschieden für den A Little Bit of Christmas Magic. Auch hier, das sind jetzt 12x12 LP Hüllen. Dann habe ich die Blöcke schon wieder auseinander gepackt. Die Pappe habe ich mir in den Schrank gepackt, weil ich mit der häufiger noch basteln werde. Und dann, die Bögen sind einseitig bedruckt. Habe ich auch die schon mir einzeln auseinander vom Kleber gelöst. Hier haben wir so Christmas Dinner Karten. Mit denen kann ich immer nicht so viel anfangen. Vielleicht schneide ich mir da die Motive hier raus und benutze sie auf einem Anhänger. Mal gucken. Warum bei diesem Bogen das Folierte nur hier in dem ersten Drittel ist. Ich habe keine Ahnung. Zum Glück hat das keine Richtung. Das heißt, das können wir so benutzen. Das war bei den anderen Blöcken auch so. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob das bei euch auch so ist. Hier muss ich halt, weil es Querformat ist, mir was überlegen. Dann haben wir noch mal so größere Kärtchen. Ja, durch die englischen Sprüche eignet sich das für einen Teil der Beschenkten von mir halt nicht wirklich. Aber wir schauen mal. Lebkuchen. Das ist jetzt nicht so mein Favorit. Hier, diese kann man auch immer gut für Anhänger benutzen. Dann haben wir Blätter. Auch das gefällt mir gut. Wir haben einen Karo. Das würde ich eher dezent einsetzen. Dann haben wir Holzoptik. Hier können wir eine Verpackung draus machen. Die werde ich sicherlich auch machen. Vielleicht könnten wir da auch mal so ein Karten-Set machen, wo man noch ein paar Karten mit reinpackt. Ich überlege mir was, werden wir bestimmt was mitmachen. Und falls ihr irgendwie einen Favoriten habt oder eine Idee, die ich für euch umsetzen soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Nochmal Holzoptik. So Bären gehen auch immer. Dann haben wir hier nochmal Geschenke. Noch eine Holzoptik, wobei mir die anderen beiden besser gefallen haben. Und dann haben wir nochmal Schneeflocken. Adventskalenderzahlen. Da habe ich auch noch aus den letzten Jahren welche. Auch da muss ich mal gucken, wie ich die dieses Jahr irgendwie aufgebraucht bekomme. Auch die Tannen finde ich schön. Dann haben wir das Merry Christmas nochmal in grün. Das finde ich sehr schön. Das Karo mag ich sehr. Noch mehr Geschenkanhänger. Leider quasi alle mit Englisch. Wobei Merry Christmas kann ich auf jeden Fall verwenden. Müssen wir mal gucken. Dann haben wir hier nochmal so kleine Elfen oder Kinder, die vielleicht Nikolaussachen bekommen. Nochmal Lebkuchen. Nochmal Lebkuchen. Nochmal Schneeflocken. Und noch ein anderes Karten. Also der Großteil des Blockes gefällt mir wirklich gut. Deshalb ist er auch mitgekommen. Ihr wisst es ja. Ich nehme immer nur das mit, was mir gefällt. Und wo ich mir vorstellen kann, dass ich auch mit bastel. Da gibt es immer Sachen, die dann doch irgendwie hinten runterfallen. Aber wenn ich etwas kaufe, immer mit der Prämisse. Weil ich kann nicht mit was basteln, was mir nicht gefällt. Und ich muss es ja hier auch nicht rumliegen haben. Wenn ich dann nicht mit bastel, muss ich es auch nicht kaufen. Und das finde ich immer wichtig, das mitzunehmen, wo man sich auch wirklich vorstellen kann, dass man was mitmacht. So, und der zweite ist Sparkling Christmas to You. Auch eher so dunkel gehalten. Auch hier habe ich schon mal alles rausgenommen. Auch der ist einseitig bedruckt. Dann haben wir wieder andere Schneeflocken und Sterne. Auch hier ist das so mit dem Goldfolierten nur so zu knapp einer Hälfte. Das wäre sicherlich was für Silvester. Dann haben wir... Jetzt muss ich einmal drehen. Dann haben wir nochmal Adventskalenderzahlen. Wobei, die kann man gut auseinanderschneiden. Und die sind so neutral, dass man da alles Mögliche mitmachen kann. Dann haben wir nochmal andere Tannenbäume. Hier, das wäre vielleicht auch nochmal was für Silvester oder für ein Layout. Dann haben wir Weihnachtskugeln. Die sind, würde ich sagen, sehr ähnlich... Die haben schon eine Ähnlichkeit. Aber es sind nicht dieselben Motive. Es sind ja auch zwei verschiedene Firmen, von denen sie kommen. Aber das könnte man auch gut kombinieren. Nochmal größere Sterne. Ein bisschen grün. Ist natürlich alles recht dunkel. Muss euer Geschmack sein. Das ist jetzt... Gut, wir haben auch Rot und Grün dabei. Aber es ist jetzt nicht super klassisch. Schon ein bisschen, aber nicht super klassisch. Die finde ich wiederum sehr cool, muss ich sagen. Die sind so ein bisschen moderner. To und From kriegen die meisten irgendwie auch noch hin. Mit denen werde ich sicherlich was machen. Dann haben wir auch nochmal so was wie Sternschnuppen und so was auch immer das sein soll. Aber auch schick. Dann haben wir jetzt hier so ein bisschen farbtechnisch kommen wir jetzt ins rosa-peechige. Hier haben wir so Monde und Sterne drauf. Mal gucken, was mir damit einfällt. Nochmal Beeren. Auch hier haben wir wieder eine Verpackung dabei. Die hat so einen Tannenbaum oben drauf. Die werde ich sicherlich auch machen. Und dann haben wir hier nochmal... Auch das wäre vielleicht was für Silvester. Dann möchte ich dieses Jahr auch ein bisschen was machen. Nochmal ein schickes Karo. Ein dunkles, aber schickes Karo. Also das könnte auch so in Richtung Roskopp und so gehen. Falls ihr da interessiert seid. Nochmal Schneeflocken. Dann haben wir nochmal Geschenkanhänger und so Sprüche. Hier haben wir schöne Rentiere mit dabei. Das wiederum ist nicht so meins. Das ist einfach too much für mich. Und nochmal Weihnachtskugeln. Und einen schicken folierten Stern. Der wiederum voll foliert ist. Warum auch immer. Ja, das waren die beiden Blöcke, die ich mitgenommen habe. Und mit dem, was ich übrig habe, beziehungsweise was ich auch noch so an Basic Papieren habe, die man auch für Weihnachten verwenden kann, bin ich, denke ich, mehr als gut ausgestattet papiertechnisch. Ich hätte mich gefreut, wenn es auch wieder Stempel und Stanzen gegeben hätte. Gab es bisher bei uns aber nicht. Da müssen wir uns einfach mit dem begnügen, was wir von den letzten Jahren haben. Da fällt mir sicherlich auch noch was mit ein. Beziehungsweise bastel ich dann und ihr guckt, ob ihr Alternativen habt von anderen Firmen. Und von daher kriegen wir das alles schon hin. Das sind wirklich tolle Sachen. Und ich freue mich grundsätzlich auf die Weihnachtszeit. Ich bin aber noch nicht so in Weihnachtsstimmung. Es ist irgendwie ja nochmal warm geworden. Und ja, ich sage mal in Anführungszeichen, ich muss, weil die Serie startet. Und bei zwölf Wochen ist klar, zwölf Wochen bis Weihnachten beginnen Anfang Oktober. Von daher ist da nicht dran zu rütteln. Das heißt, ich werde so langsam starten mit Weihnachtsprojekten. Wie gesagt, falls ihr Wünsche habt zu bestimmten Blöcken oder allgemein bestimmte Wünsche für die Weihnachtszeit oder auch dann für Silvester, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr keine zukünftigen Videos mehr. Ich verlinke euch auch den Vlog zum Markt sowie das Resümee-Video, was inzwischen online ist, vom Markt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.